2011 gekommen und dann muss man immer weiter Militär sein und weggegangen, weil ich wollte nicht so Krieg machen und kämpfen mit Leid. Aber das Problem ist, so jemand wie ich, der 18 Jahre ist, der muss Militär gehen. Also es gibt keine Chance, dass du irgendwas machst. Dreimal, ich habe mich verabschiedet von meiner Mutter. Ich bin immer gegangen und wieder zurück, weil die Kontrolle hat uns wieder nicht gelassen. Am vierten Mal, ich habe zu meiner Mutter als Schwach gesagt, ich habe gesagt, ich gehe, dann komme ich wieder zurück, weil die Kontrolle lässt mich wieder nicht. Dann bin ich gefallen, bin ich wieder zurückgekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017